Ich bin Max, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere im fünften Semester Social Media Systems und habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Ich bin tatsächlich nebenbei noch Jugendreisebegleiter und fahre seit Jahren im Sommer mit Jugendlichen irgendwo in die Welt, 16 bis 18-Jährigen. Also auch als Entertainer kann ich mich sehen.